Bei RB Leipzig gehen wir vor dem Leverkusen-Spiel wieder von einer Systemumstellung aus, da es mit der Viererkette vergangene Woche gegen Schalke nicht geklappt hat. Und da Conaté verletzungsbedingt fehlt, stellt sich die Abwehrkette mit Mukiele, Orban und Upamecano von alleine auf. Rechts ist damit auch der Weg für Klostermann frei, da Mukiele hinten gebraucht wird. Zudem sollte der zuletzt gesperrte Leimer zurückkehren. Für ihn sowie den hereinkommenden Klostermann rutschen unserer Meinung nach Demme und Aydara raus.